Hmm, Back to the Future 2 am 8? Nein! Ah, 6 und der CD kommt am 9! Jetzt habe ich es! Wie wäre es mit Flitter? Schatz, was sollen wir denn heute Abend auch schauen? Ich habe eine geniale Idee. Gönnen wir uns doch einen Film auf Wilma. Wie cool ist denn noch immer, ob es eine super Idee ist? Wilma!